Jo Leute, der Gamescom Trailer zu Battlefield 1 ist endlich da und wie versprochen gibt es heute eine kleine Analyse dazu. Ich versuche das auch möglichst kompakt zu halten, denn ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr der Erste mit dem Breakdown und von daher steigen wir auch mal direkt ein. Und was sehen wir ganz als erstes? Natürlich die neue Map in der Wüste, das ist die Map, die auch in der Beta gespielt werden wird. Wir werden das heute Abend natürlich auch in dem Squads Livestream sehen, da werden wir wahrscheinlich schon so eine halbe Stunde Gameplay bekommen. Sieht auf jeden Fall gut aus, es wird einen Sandsturm als dynamischen Wettereffekt geben. Da muss ich mal gucken, was ich davon halte. Die Sandstürme in Battlefield haben mir bisher immer nicht so viel Spaß gemacht, weil die doch sehr stark die Sicht eingeschränkt haben. Mal gucken, wie es in Battlefield 1 aussehen wird. Und auf der Map wird das Osmanische Reich gegen das United Kingdom kämpfen. Hier sehen wir dann einen kurzen Blick auf den gepanzerten Zug. Das wird natürlich ein Behemoth sein und der ist wahrscheinlich ziemlich stark. Da sehen wir aber auch noch gleich weitere Szenen von. Also keine Sorge. Hier in dieser kleinen Flugzeugansicht bekommen wir einen ersten Map-Eindruck. Man weiß natürlich immer noch nicht, wie groß diese Map jetzt genau ist. Es ist halt eine Wüsten-Map, das sollte ja mittlerweile klar sein. Das sieht man auch. Und es gibt dann so kleine Ruinen da drin. Ich denke mal, das wird ein Kontrollpunkt sein bei Conquest Large. Müssen wir einfach mal abwarten, wie groß diese Map dann in Wirklichkeit ist. Ja, hier sieht man dann so ein bisschen die Pferde und natürlich auch die Reiter und die können auf jeden Fall Schwerter benutzen. Ich habe auch gelesen, man kann Schusswaffen auf den Pferden benutzen. Das wird also alles funktionieren. Die Animationen der Pferde, die sehen auch meiner Meinung nach sehr gut aus. Die Pferde springen ja auch teilweise lang. Das heißt, man wird wahrscheinlich ganz normal traben können. Man wird sprinten können und man wird wahrscheinlich auch springen können. Ich glaube, das sind zwar nicht die richtigen Ausdrücke, was ein Pferd macht. Das macht ja irgendwie Galopp und so. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Da kenne ich mich auch einfach nicht aus. Ich bin nicht so der Pferde-Fan, muss ich sagen. Aber in Battlefield 1 ist das Ganze natürlich cool. Okay, hier in der nächsten Szene sehen wir dann was ganz Interessantes. Und zwar ein Snipergewehr gegen eine Elite-Klasse. Es wird wohl drei Elite-Klassen in Battlefield 1 geben. Einmal hier, die wir gerade sehen. Das ist die Minigun-Elite-Klasse. Dann wird es noch den Flammenwerfer geben und dann noch ein Anti-Tank-Soldat. Der hat ein Anti-Tank-Gewehr. Dazu komme ich aber nochmal in einem anderen Video, das ich heute auch noch hochladen werde. Da gibt es dann weitere Informationen dazu. Erstmal hier zu dieser Elite-Klasse mit der Minigun. Der hat einen kugelsicheren Helm, wird also ziemlich viel Schaden einstecken können. Und eine Minigun zur Verfügung. Wie cool ist das denn? Man sieht hier auch, wie er die benutzt. Er macht mal ganz schnell das Pferd und den Reiter platt. Und ja, das Pferd stirbt dabei auch. Oh oh, wenn die Peter das sieht. Ich weiß nicht, was da mit Battlefield 1 passieren wird. Also, bestellt es schnell vor, solange ihr noch könnt. Ich denke mal, so dramatisch wird es nicht. Ja, dann ein paar Flug-Szenen. Ihr habt das Ganze gesehen. Doch dann kommt was viel Interessanteres. Und zwar die Sicht aus dem gepanzerten Zug. Aus dem Behemoth. Und ich bin sehr gespannt darauf. Es sieht so aus, als könnte der Lokführer nicht wirklich Kanonen bedienen. Der hat dann vielleicht wieder so Bomben zur Verfügung, die er irgendwo abwerfen kann. Oder sonst was. So war es ja auf jeden Fall mit dem Zeppelin, beziehungsweise mit dem Luftschiff. Und die Passagiere können hier die schweren Kanonen bedienen. Und es sieht so aus, als gibt es auch Flags gegen Flugzeuge. Das heißt, dieser Zug ist wohl ziemlich stark und gegen Panzer, Infanterie und Flugzeuge gerüstet. Ja, hier gibt es dann so ein bisschen Panzer gegen Pferde-Kombat. Da haben wir natürlich alle drauf gewartet. Der Reiter wirft ja auch eine Anti-Tank-Renade. Also, das wird auf jeden Fall möglich sein. Und ich bin gespannt, wie gut sich die Pferde schlagen werden. Als nächstes gibt es dann eine kleine Ansicht aus einem Bomber, schätze ich mal. Ich weiß nicht, was genau das für ein Flugzeug ist. Sieht mir aber relativ neu aus, weil ich das Ganze nicht aus der Alpha kenne. In der nächsten Szene gibt es dann eine neue Waffe zu sehen. Und zwar ein MG und ein weiteres neues gepanzertes Fahrzeug. Und ja, die Szene endet dann relativ schnell, weil der Zug natürlich kommt und den Soldaten überfährt. Also, ich würde da nicht unbedingt vorstehen wollen. Dieser Zug sieht nicht unbedingt so langsam aus, wie der Zug auf Goldmord Railway zum Beispiel. Hier geht es dann weg von der Wüsten-Map und wir sehen noch mal so ein paar andere Szenen des Spiels. Hier die zweite Elite-Klasse, den Flammenwerfer. Der hat wohl dauerhaft eine Gasmaske auf, ist also ziemlich eingeschränkt in seiner Sicht. Und da müssen wir mal gucken, wie schnell sich der dann überhaupt fortbewegen kann und wie gut der sehen kann. Wahrscheinlich ist der nur im Nahkampf wirklich gut zu gebrauchen. Hier dann nochmal eine ganz neue Map, die ich so noch nie gesehen habe. Und zwar eine Stadt-Map. Welche Stadt das genau ist, kann ich nicht sagen. Aber in diversen Foren wird irgendwie vermutet, dass das Ganze in Frankreich spielt. Kann natürlich sehr gut sein. Die Map sieht auf jeden Fall komplett anders aus, als die beiden Maps, die wir jetzt schon gesehen haben. Also die Alpha-Map und natürlich die Wüsten-Map, die es jetzt in der Beta geben wird. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was Battlefield Wonder für Variationen bieten wird. Da wird sicherlich einiges dabei sein. Und das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich sehr, sehr freue. Was ich dann fast verpasst habe, sind diese kleinen Torpedo-Boote. Die habe ich wirklich fast übersehen. Aber die sind natürlich auch im Spiel drin. Und ohne die wäre der Wasserkampf wahrscheinlich auch etwas langweilig. Nur das große Behemoth-Schiff, was wir natürlich gleich sehen werden, das wäre wahrscheinlich ein bisschen öde gewesen. Hier wirft dann nochmal ein Flugzeug einen Torpedo ab, der dann halt direkten Kurs auf das große Schlachtschiff nimmt. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Das wird ein Behemoth sein. Also dieses Schlachtschiff, das wird wahrscheinlich wieder von mehreren Leuten steuerbar sein, die dann die Kanonen bedienen. Ein Riesenteil mit ultra viel Leben. Und ich muss sagen, das finde ich im Moment am coolsten. Von diesen Behemoth-Fahrzeugen, weil es sieht einfach krass aus. Es sieht verdammt episch aus in dieser Szene. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und zum Schluss gibt es nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Kampagne, schätze ich mal. Und zwar von dem Lawrence of Arabia Teil. Bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, weil irgendwie finde ich das ziemlich interessant diesmal, dass die Kampagne so in den Trailern zurückgehalten wird. Das macht mir eigentlich eher mehr Lust auf diese Kampagne, als wenn ich schon so viel da erfahre, wie es bei den anderen Spielen meistens ist. Ich meine, meistens wird ja zuerst mit der Kampagne geworben. Bei Battlefield 1 scheint es diesmal anders zu sein. Also sehr interessant. Ich werde die auf jeden Fall durchspielen, weil mich das wirklich dieses Mal interessiert. Normalerweise lasse ich die Kampagne halt eher so im Hintergrund. Und ja, das war es jetzt mit dieser kleinen Analyse. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch auch noch ein paar neue Sachen zeigen. Und wie gesagt, ich werde gleich noch ein weiteres Video produzieren, wo es noch Infos zur Beta und weiteren Mechaniken von Battlefield 1 geben wird, die halt neben dem Trailer jetzt bekannt geworden sind. Ja, das war es jetzt. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Mein Name ist MeaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!